Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans. Diese News sind echt ein extra Video wert. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, Freunde. Microsoft hat heute weltweit bekannt gegeben, dass die sogenannte Xbox Scorpio, und das ist ja nur der Projektname, dass sie definitiv am 11.06.2017 23 Uhr deutscher Zeit. Das ist allerdings ein Sonntag, demnach kann man ihn ganz gut, ja, kann man eigentlich gut vertreten. Ansonsten nimmt man sich halt einen Tag frei, so wie ich das wahrscheinlich machen werde. Hier wird endlich die Xbox Scorpio uns allen vorgestellt. Also ihr solltet euch auf jeden Fall diesen Tag auf jeden Fall im Terminkalender anmarkern, damit ihr das auf keinen Fall verpasst. Also ich werde definitiv diesen Tag nicht verpassen und ich denke, ihr auch nicht. Also hier nochmal die Fakten. 11. Juni, 23 Uhr deutscher Zeit, an einem Sonntag. Das passt eigentlich alles. Also wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, Xbox Scorpio wird am 11. Juni 2017 auf der E3 an einem Sonntag, 23 Uhr deutscher Zeit, vorgestellt. Microsoft wird das Ganze natürlich wieder live streamen, das heißt für uns, wir werden das auf jeden Fall auf Twitch verfolgen können und ja, wir sollten auf jeden Fall einschalten. Also ich werde es auf jeden Fall tun. Und jetzt schreibt mir mal in die Kommentare, freut ihr euch drauf? Oh ja, ihr freut euch drauf. Ich hoffe, diese kleine Info war für dich wieder einmal hilfreich. Wenn dem so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonnier auf meinen Kanal, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Solltet ihr jetzt noch irgendwelche anderen Anregungen oder sonst irgendwas haben, dann ab damit in die Kommentare. Lasst uns über die sogenannte Scorpio diskutieren und ich sage wie immer, euer Hans ist raus. Cheers!